Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Minecraft. Ja, ich, der, die Blackdog-LP nimmt jetzt wieder auf. Und ja, der Knochenbohr-LP hat er letzt mal für mich übernommen, weil ich ja schon schnell weg musste. Und er hat jetzt schon die zweite Etage angefangen. Und ich würde mal sagen, wir bauen auch gleich weiter hier. Dauert ja eh nicht mehr lange. Ups, das sollte nicht passieren. Und da ist auch schon das Holz, Alter. Da müssen wir mal ein neues holen. Er hat doch noch nicht die Fenster gemacht. Also würde ich sagen, wir machen das. Also wir bauen jetzt erst mal die Fenster ein. fellr-lehrer. Habe ich mich gerade erschrocken? Ja, ich denke mal, wir können ja diese unteren Dinger mal wegmachen, damit die ja nicht im Weg sind. So sieht es ja schon viel besser aus. Und dann gehen wir mal gleich auf die Suche nach neuem Holz. So, noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Damit er hier nicht wieder an Hunger leiden muss. So, noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich habe jetzt ein bisschen Stein gesammelt, damit das hier an der Seite nicht so komisch aussieht. Eine kleine Trennung hier mit den Steinblöcken werde ich jetzt machen. Aber davor gehen wir noch ein bisschen schlafen, damit wir ein bisschen wieder Kraft tanken können. Oh, oh, wir müssen raus hier. Oh nein, ein Creeper. Lass mich in Ruhe, nein, Hilfe! Lass mich doch einfach in Ruhe, du... Zombie, hau ab, Mensch! Jetzt gehe ich aber schlafen. Oh, Monster, so near me! Das sind aber keine Monster. Bestimmt wegen diesem Zombie! Spannende! So near me! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, dann haben wir es auch gleich geschafft hier mit dem Holz, Holzblöcken oder Wooden Planks Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, so, und in der letzten Reihe da oben mache ich auch noch Stein, sowie... Hier an der Seite Und dann müssen wir nochmal schnell auf die Suche nach neuem Stein gehen Und so wie es aussieht, wird es auch schon wieder hell Hoffentlich ist der Zombie weg Ja, so wie es aussieht, ist er weg Oh nein, da ist er wieder! Ciao! 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 Das war's. Das war's. Ja, dann machen wir das hier noch zu. So, dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Part. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.